Hier ist zwei, hier ist drei und hier sind vier. Und jetzt musst du versuchen, die Kaugummi in einer umgekehrten Richtung irgendwie zu schaffen, okay? Und du darfst nur ein Kaugummi bewegen. Wie umgekehrt? Eins, zwei, drei, vier? Genau, das heißt, hier muss eins sein, hier muss zwei sein, hier muss drei sein und hier muss ein vier sein. Und du darfst nur eins bewegen. Hier zwei, hier drei und hier vier. Was machst du? Oh nein, das darfst du nicht machen. Warte. Warte, eins? Ach so! Ja? Nein. Hey, aber wie soll daraus eine Eins werden? Das ist nicht so schwer. Karim, das macht gar... Ah! Hey, Karim, das macht gar keinen Sinn, ne? Natürlich macht das Sinn, das ist so leicht! Es ist so leicht! Komm schon, Emil, beweis TikTok, dass du nicht so dumm bist. Stopp! Stopp! Okay. Nein, das nehme ich. Okay. Aber da sind doch immer noch dran... Ah! Nee. Eins, drei, drei, zwei. Hä? Hä, Karim wird's mich ver... Hey, Karim wird's mich ver...